Musik Ich liebe Logistik, weil ich hier für die Sicherheit meiner Mitarbeiter sorge. Weil ich gerne mit der Struktur arbeite. Weil ich gerne mit internationalen Kollegen arbeite. Ich begeisterte mich für Logistik, weil ich bei Kreis Karriere mache. In drei Jahren vom Staplerfahrer zum Standortleiter. Ich bin noch lange nicht fertig.